Was kann das Unternehmen tun, um das Risiko des Zahlungsausfalls zu vermeiden? Nun, lassen wir uns eine Fallunterscheidung treffen, um diese Frage zu beantworten, nämlich Neukunden und Altkunden. Altkunden sind Kunden, mit denen man schon eine Geschäftsbeziehung hat und pflegt. Bei Neukunden empfiehlt sich eine sogenannte Wirtschaftsauskunft. Das heißt, man wendet sich an spezielle Auskunftteilen. Auskunftteilen sind Unternehmen, die Informationen verkaufen. Noch einfacher ist es allerdings, wenn man direkt den Weg geht, den auch diese Wirtschaftsauskunftsteilen nutzen, nämlich man geht zu bundesanzeiger.de und schaut, ob da schon Jahresabschlüsse hinterlegt sind. Und bei Altkunden empfiehlt es sich, systematisch Informationen zu sammeln. Systematisch Informationen sammeln. Zum Beispiel eben jene Jahresabschlüsse, die es bei bundesanzeiger.de gibt. Also diese Infos, das sind die Jahresabschlüsse, kurz mal ab, und die Handelsregister-Eintragungen bzw. Änderungen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.